Hallo Freunde der Literatur, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Moses Rabe und heute möchte ich euch von Karls Großmutter vorlesen und den Vorzügen der Altenpflege im 21. Jahrhundert. Dieses Mal ist nicht viel zum Lachen dabei, aber ich hoffe dennoch, dass euch meine Geschichte gefällt. Und wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Abo da und gebt mir ein Like. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Lesung. Im Heim Ohne, dass es vorher geklopft hätte, wurde die Tür aufgerissen und Schwester Elisabeth füllte den Raum mit ihrer rustikalen Präsenz. Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Ohne eine Antwort abzuwarten, machte sie sich über ihr Opfer her. Mit routinierten Handgriffen warf sie das Betttuch beiseite, wechselte seine Windeln, rieb es mit einem feuchten Lappen ab, zog es an und verstaute es auf dem Sessel in seinem kleinen Zimmer. Aua, Aua! Ach kommen Sie, das hält eine alte Dame wie Sie doch aus, nicht wahr? Schwester Elisabeth schaltete das Radio ein, warf ihr noch ein paar nette Worte über die Schulter und verschwand. Die greise Frau war allein mit der Stimme des Radiomoderators und ihrer Demenz. Sie hatte Angst. Dann gab es Frühstück. Dafür setzte man sie in einen Rollstuhl und schob sie in einen großen, hellen Raum mit anderen Menschen drin. Es wurde gekleckert, gejammert und geschimpft. Es roch nach Kaffee, Alter und Tod. Sie wurde in der Zimmer zurückgebracht, bis es Mittagessen gab. Dann Abendbrot. Dazwischen allein. Nur das Radio sprach. Sie hatte in ihre Windel gemacht. Es kam jemand, sprach zu ihr wie zu einem kleinen Kind, machte sie sauber, packte sie wieder in ihren Sessel und war verschwunden. Sie genoss die kurzen, durch Routine vergifteten Momente der Aufmerksamkeit. Doch darauf folgte in klaren Momenten stets die Scham darüber, anderen ihre Zeit gestohlen zu haben. Zu Anfang gab es nur einzelne Tage. Da wünschte sie sich den Tod herbei. Die Tage verschwammen und der Wunsch wurde stärker, bis er allgegenwärtig war. Die Schwestern trugen ihren Teil dazu bei, taten ihre Bemerkungen diesbezüglich stets mit einem flotten Kommentar ab, schalteten das Radio ein und hielten sie unbarmherzig am Leben. Den Gedanken, es könnte vielleicht einmal jemand zu Besuch kommen, ihr Enkel, Karl zum Beispiel, den sie immer sehr gerne mochte, hatte sie vor langer Zeit aufgegeben. Bis sie es vergessen hatte und von Neuem hoffte. Der arme Junge hatte bestimmt andere Probleme, als sich um seine Großmutter zu kümmern. Karl war ein guter Junge, intelligent, fröhlich, immer sehr hilfsbereit seiner Oma gegenüber. Wie alt war er jetzt? Wie viele Jahre waren vergangen? Wo war sie hier nochmal? Das war doch nicht ihr Wohnzimmer. Was hatte das alles zu bedeuten? Die Stimme des Radiomoderators sprach aus den kleinen Lautsprechern. Es waren Menschen gestorben. Jeden Tag starben Menschen im Radio. Sie erinnerte sich an eine Beerdigung. Den kleinen, weinenden Karl. Seine Mutter war gestorben. Sie bekam Angst. Wo war sie hier nochmal? Sie fragte die Schwester. Die Schwester ratterte ihre Standarderklärung herunter. Zum hundertsten Mal. Sie vergaß es wieder. Zum hundertsten Mal. Dann saß sie wieder in ihrem Sessel. Was stank hier so? Man wichte sie sauber. Schob sie zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendbrot. Wo war Karl denn bloß? Der arme Junge. Sie wurde wütend. Warum hatte Gott sie mit so einer Tochter gestraft? Wie alt war der liebe Junge wohl jetzt? Das war doch nicht ihr Wohnzimmer. Was hatte das alles zu bedeuten? Die Schwester schimpfte mit ihr, wie mit einem kleinen Kind, und wischte sie sauber. Der Radiomoderator sprach. Es waren Menschen gestorben. Das war nicht ihr Radio. Vielleicht von Karl? Aber wo war er? Warum ließ er sie so lange warten? Sie hatte Angst, hier ganz allein. Eine Fremde betrat das Zimmer. Sie bekam noch mehr Angst. Man schob sie aus dem Raum in einen großen Saal und setzte ihr ihr Essen vor. Sie aß immer weniger. Man zwang es ihr hinein. Sie wollte sterben. Man erlaubte es ihr nicht. Dann setzte man sie wieder in ihren Sessel. Nein, nicht ihr Sessel. Was sollte das alles? Wo war Karl denn bloß? Sie machte sich in die Hose und schämte sich. Genoss das Sauberschrubben und schämte sich noch mehr. Dieses Flitschen. Sie hätte auf ihren Mann hören und den Gürtel benutzen sollen. Wo war Franz überhaupt? So spät kam er sonst nie von der Arbeit. Eine Beerdigung. Sein Name war in dunklen Stein gemeißelt. Der arme Junge. Sie bekam Angst. Im Radio verkündete der Radiomoderator den Tod von Menschen. Tod Licht und Dunkelheit wechseln sich ab. Dazwischen Träume, vermischt mit Erinnerungen, vermischt mit Eindrücken. Schrecken der Vergangenheit. Franz, ihr geliebter Franz, marschiert im Stechschritt seinem Schicksal entgegen, einen Stuhl vor sich haltend. Darauf sitzt ihr Enkel und lacht. Sie will die beiden aufhalten, doch zwei weißgekleidete Krankenschwestern mit sterilen Papierhüten halten sie fest. Zwei Männer kommen auf sie zu. Der eine schlachsig mit rechtsgescheitelter Frisur und schmalem Bärtchen, der andere kräftig mit Vollbart. Sie haben wie alte Freunde die Arme um die Schultern des Anderen gelegt. Die beiden treiben ihre Lieben mit kaltem Lächeln davon. Sie versucht sich loszureißen, doch die Hände der Schwestern sind wie Schraubstöcke. Du bist allein, niemand kann dir helfen. Diese Stimme. Panik breitet sich in ihr aus. Längst verdrängte Erinnerungen kriechen aus der Dunkelheit hervor. Stinkender Schweiß tropft auf ihre zerkratzte Haut. Zwei uniformierte Gestalten mit toten Augen drücken sie in den kalten Dreck. Sie will um Hilfe schreien, doch Nachbarn, Freunde und ihre Familie verbieten ihr den Mund. Ein langhaariges Mädchen in einem schlichten, hellblauen Kleid mit Blumenkranz im Haar bringt ihr ihren Ehemann, verpackt in einem schwarzen Plastiksack. Du bist schuld, ruft es, holt eine Pistole hervor und schießt sich in den Kopf. Blütenblätter regnen auf den Boden und verschwinden im Strudel der Zeit. Zu Hause. Ihre Tochter wartet dort. Sie hält etwas in der Hand. Es ist der Kopf ihres Mannes, entstellt, verkrustet von Dreck und Blut. Sie erkennt ihn erst auf den zweiten Blick. Seine vertrockneten Lippen formen stumme Worte. Schau mal, Mama, ich hab Papa gefunden. Mit triumphierendem Lächeln hebt das kleine Mädchen ihn ihr entgegen. Entsetzt schlägt sie ihm ins Gesicht. Bring ihn sofort dahin zurück, wo du ihn hergeholt hast. So will ich ihn hier nicht haben. Das kleine Mädchen lächelt sie an. Nein, ich hab eine viel bessere Idee. Sie wendet sich einer dunklen Zimmerecke zu, aus der ein geistlicher in festlichem Ostergewand tritt. Er trägt ein Kreuz mit sich, das nach unten hin zu einer langen, silberglänzenden Klinge ausläuft. Mit einer schnellen, präzisen Bewegung schneidet er den Kopf von den Schultern des Kindes und ersetzt ihn durch den des Vaters. Guck, Mama, jetzt bin ich wie Papa. Die alten Lippen beginnen ein Kinderlied zu pfeifen. Sie verlässt das Zimmer, steigt vertraute Stufen hinauf. Am Ende des Flurs steht ein alter Schaukelstuhl. Er sitzt darin, wippt vor und zurück, vor und zurück. Sie hat keine Angst, nur Fragen. Was für ein Tag ist heute? Ja, welchen Tag haben wir? Was passiert mit mir? Ich fühle mich, als würde ich mich auflösen. Du löst Dich auf, seitdem Du geboren wurdest. Bin ich tot? Hast Du denn das Gefühl, dass Du tot bist? Nein, die Welt wirkt nur so fremd und doch auf eine Art vertrauter als jemals zuvor. Das liegt daran, dass Du ganz Du bist, in Dir selbst gefangen. Du bist alles, was man aus Dir gemacht hat. Vergangenheit und Zukunft existieren nicht mehr. Nur die Gegenwart ist allgegenwärtig und die spielt keine Rolle mehr. Aber wo ist da der Halt? Dumpfes Gelächter. Es füllt den ganzen Raum und lässt Ihr Innerstes vibrieren. Halt! Es gibt keinen Halt, den gab es noch nie. Du stürzt ins Nichts. Das Spiel neigt sich dem Ende zu und beginnt von vorn. Sag mir, welcher Tag heute ist. Das Knarzen des Schaukelstuhls verstummt. Die Tage sind gleich. Alles ist in allem vergangen. Nur der Tod steht noch für sich. Er wartet am Rande und reicht Dir die Hand, wenn es soweit ist. Was ist mit meinem Enkel? Ich mache mir Sorgen um ihn. Er ist das Produkt dieser Welt. Das heißt, er ist nicht selber schuld? Doch, natürlich ist er das. Auch wenn er nichts dafür kann. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Dann schließ deine Augen. Ich habe Angst davor zu träumen. Warum? Schlafen oder wachen? Kein Unterschied mehr. Darum würden Dich viele Menschen beneiden. Der Flur, der Stuhl und er lösen sich voneinander. Die Gedanken werden still. Die Gedanken werden still. Anfang und Ende, kommen und gehen, haben keine Bedeutung in der großen Lehre. Ach, Frau Atradis, Sie sollen doch nicht aufstehen. Sie sehen doch, was dann passiert. Frau Atradis, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Frau Atradis, hören Sie mich? Agnes, ich glaube, die Frau Atradis ist tot. Kümmerst du dich da mal drum? Ich muss jetzt Feierabend machen. Der Chef hat gesagt, ich soll Überstunden abbauen.